moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play hier sind wir in einer bootstätte ich habe hier die feature schon kaputt gemacht so ich hab noch was gehört was für eine tür kriegt man sie auf wow so gucken was uns hier erwartet kunde die bootstätte ja machen wir abseilen ach guck mal da ist auch was immer alles einsam und das ist das a und o das ganze hier sieht wie ein teil einer riesigen maschine aus wer hat sie gebaut das ist die fahrung das sieht wie ein dreieckiges rohr aus beschäftigung der lüftung erzeugt tagebieter ok ich bin ich verarschen da funktioniert nicht diese dinge transportieren teile Ja, der Heves. was für ein gelöck! okay ja sehr sehr spannend, würde ich mal so sagen und da geht's raus! anscheinend war ja schon jemand, da liegt ein bäsch da ach, da müssen wir lang sehr sehr interessant würde ich mal so behaupten aber ganz schön dunkel hier ah, das sind heilpflanzen, guck mal das ding bei der spalte, wozu ist es gut? sehr geil ist es da unten? das wollte ich jetzt nicht weil wir von da sind wir gekommen neiiiin ach nee Mist den ganzen weg laufen so noch mal so okay wir laufen jetzt an rüber da ist auch nix noch mal ein bisschen eilpflanze dann dann boah, ich hab gedacht, da kommt noch eine riesige Maschine diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren vielleicht können sie mich auch tragen das werde ich vielleicht noch bereuen das werde ich vielleicht noch bereuen definitiv definitiv äh, wo muss ich denn hin? das ist das herz des ganzen das muss es sein wie komm ich da mal rein äh, wo muss ich denn nachsprengen? dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht ja, ob das doch richtig war, weiß ich auch nicht da oben ist was ähm die 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 Nein! Entendlich! Bin ich falsch abgeboren oder? Ne bin ich nicht, ich muss nur da rüber Das war keine Warnung! Oh, die anderen sind noch aufgeschaltet! Das war vielleicht nicht so cool! Was ist das? Krieg ich die Dinger kaputt? So, Bauteile entfernt! Da kommen sie! Ich hab noch andere Monäten! Was?! Och Mann ey! Und nie, ne? Ah, ich bin da oben! So! Oh! 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 Da oben war ich hin. Ganz schön viele Maschinen Ganz schön viele Maschinen Meine Güte So jetzt habe ich es geschafft Achso, wie komme ich denn da jetzt auch? Das ist die Frage, ach da lang Da ist ein Kerl, ach du heilige Scheiße Ich glaube da werden die zusammengebaut, mit dieser großen Maschine hier Das ist ja heftig Wird denn noch mehr Maschinen? Nö, ich glaube das waren alle So So Wo jetzt lag? Da lang Also Dieser Ort ist nur Metall Könnt ihr euch daran erinnern Am Anfang Ganz am Anfang der Folge Also das Let's Place Da waren wir auch in so Metalldingen Aber da waren keine Maschinen Und das hier ist alles Metall mit Maschinen Und hast nicht gesehen Ich bin fast im Herzen Fast im Herzen, okay Vermute mal die Maschinen hier Werden hier Hergestellt Und dann Werden die durch irgendwas Ja, die müssen ja Irgendwo noch Ausgang haben Dann gehen die da raus Und dann Das sind die in der Welt Und was passiert hier? Immer Heiflern zu müssen Oh nein Ich weiß was das für ein Ding ist Stärke Feuer Schwäche Eis Ja, ich hab kein Eis Oh nein Ich hab keine Eiskugeln Da sind Lech da Warum treffe ich den nicht? Jetzt treffe ich ihn So Hier noch welche Nö Oh, jetzt kann ich ihn in Ruhe abzeiten Ich muss hier rumgucken Sachen einsammeln Schwäche Eis Oh, da ist ein Liederweite Sind das Noch Feuerspule So Ich denke mal Ich muss hier hoch Ah, warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal So So Mal wieder was zum Überbrücken Yo Yo Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anrufe. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich mich anrufe. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich mich anrufe. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich mich anrufe. Ich kann kein... Nichts machen. Nichts kann ich machen. Nur mit Feierabend spielen, ey. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich mich anrufe. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich mich anrufe. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich mich anrufe. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich mich anrufe. Also Leute, das war eine Brutstätte. Boah. Alles verballert mit einem, alles. Das war's. 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 Da sind die anderen. Da ist noch eine. Da. 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 Zwei, drei, es fehlt nur gut statt naja das soll es jetzt gewesen sein wir können mehr Maschinen überbrücken und dann würde ich mal sagen danke fürs zusehen und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt let's play Horizon Zero Dawn, danke fürs Zuschauen, lasst mir mal ein Like da, lasst ein Abo da wenn du ein Abo im Kanal bist und nichts verpassen möchtest und ja wünsche euch noch einen schönen Tag Ciao Ciao